Die Frage hat sich wohl schon jeder gestellt. Gibt es da draußen geheime Mächte, die die Geschicke der Welt lenken? Haben sich wenige Reiche und Mächtige zusammengeschlossen, um in einer groß angelegten Weltverschwörung unser aller Schicksal zu bestimmen? Wir gucken mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Ihr seid bei Verschwörungen und Fakten und das geht so. Es ist die bekannteste Großtheorie im Bereich der Verschwörungserzählungen. Alle möglichen Ereignisse und Entwicklungen lassen sich auf einen kleinen Kreis von Verschwörern zurückführen. Alles ist gelenkt, nichts ist so wie es scheint. Die Idee der Weltverschwörung gibt es dabei in diversen Gewändern. Beispielsweise zählt auch die jüdische Weltverschwörung oder der Great Reset dazu. Kern dieser Erzählung ist die Idee, dass hinter den bekannten Machtebenen wie Regierungen oder Unternehmen immer Geheimorganisationen oder einzelne mächtige Strippenzieher stecken. Und ich sage bewusst Strippenzieher, denn es handelt sich immer um Männer. Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, der Papst und so weiter und so fort. Hören wir mal rein, wie das dann bei Ken Jebsen alias Kayvan so vielseher wasch klingt. Und diese Agenda lautet, es gibt zu jedem Mainstream-Thema ab sofort nur noch eine Meinung und die wird von privaten Konzernen und extrem reichen Einzelpersonen in abgeschlossenen Zirkeln beschlossen, von der Politik verkündet und von den Massenmedien deutsch gepeitscht. Sehr viel schlichter kann man das nicht zusammenfassen. Wenige Reiche und Mächtige beschließen, was passiert und eine Ebene darunter setzen dann Marionettenregierungen das Ganze um. Flankiert durch willenlose Medien. Diese Erzählung ist im gesamten politischen Spektrum anschlussfähig, auch und insbesondere im linken Bereich. Dazu ein Ausschnitt eines linkskonservativen YouTubers. Von privaten Konzernen und extrem reichen Einzelpersonen in abgeschlossenen Zirkeln beschlossen, von der Politik verkündet und von den Massenmedien deutsch gepeitscht. So sollte jeder Linke reden, kein Linker traut sich so zu reden. Die Weltverschwörung im Gewand des Great Resets finden wir dann bei Debattieren wie Gunnar Kaiser bis hin ins ganz rechte Lager zu Markus Krall. Doch warum ist diese Weltsicht eigentlich so anschlussfähig? Ich halte es für zentral, dass man diese Frage nicht einfach abtun sollte, sondern sie ernst nimmt. Wir lassen hier mal außen vor, dass es einfach eine gute Story ist, wie man ja unschwer an zig Hollywoodfilmen sieht. Die Anschlussfähigkeit einer so breiten Bevölkerung resultiert aus meiner Sicht vor allem aus dem Erfahrungswissen. Im Beruf arbeiten logischerweise die meisten Menschen auf unteren Hierarchie-Ebenen. Die Entscheidungen kommen von oben. Mitwirken kann man dabei nicht wirklich. Das gleiche gilt in Schule oder Uni. Der Lehrplan ist vorgegeben, wie er entsteht, ist oft undurchsichtig. Die meisten Leute machen also die gleiche Erfahrung. Am Ende werden viele Entscheidungen in Wirklichkeit von Kleinzirkeln häufig intransparent oder gar ausdrücklich im Geheimen beschlossen. Daher liegt der Gedanke der Weltverschwörung rein von der selbst erlebten Erfahrungswelt her sehr nahe. Um es konkret zu machen, in einem Weltkonzern entscheiden tatsächlich wenige Mächtige und Reiche über die Arbeitsrealitäten Hunderttausender. Diese Beobachtung muss man zwar auf den zweiten Blick einschränken, da natürlich Arbeitsrecht oder eben gewerkschaftliche Organisationen etc. das Ganze schon einhegen. Aber dennoch ist etwas dran. Diese relative Machtfülle auf der einen und Machtlosigkeit auf der anderen Seite kann man dann auch durchaus kritisieren. Aber das hat nichts mit einer Verschwörung zu tun. Das ist dann Kapitalismuskritik. Genau an der Stelle biegen Verschwörungsfans dann gerne falsch ab. Denn das Thema Verschwörungen spielt in der Wirklichkeit kaum eine Rolle. Es gibt sie, klar. Aber sie sind nicht für das große Ganze verantwortlich. Noch sind sie ein guter Erklärungsansatz. Das habe ich am Beispiel des Großkonzerns ja eben schon ausgeführt. Das funktioniert ganz ohne Verschwörung. Man kann das vielleicht mit einem Fußballspiel vergleichen. Setzen wir mal eine Verschwörung mit einem Foul gleich. Ein Foul ist Teil des Spiels. Aber es ist eher eine Dysfunktionalität. Das Spiel wird von ganz anderen Faktoren entschieden. Eine Mannschaft, die nur foulen kann, ist chancenlos. Das Machtgefälle zwischen Bayern München und den SV Meppen können Fouls offensichtlich nicht ausgleichen. Was sagt nun aber die Wissenschaft? Es ist wenig überraschend, dass die Weltverschwörung kein Erklärungsansatz in der Wissenschaft ist. Dabei müssen wir uns erst einmal klar machen, was die Weltverschwörung denn eigentlich erklären soll. Am Ende geht es um die Frage nach Macht und Herrschaft. Warum haben wenige so viel Einfluss und so viele nur so wenig Einfluss oder gar keinen? Das ist aus meiner Sicht die grundlegende Frage, die hinter der Weltverschwörung steht und die ja auch unser normatives Empfinden stört. Und der Grund dafür ist, warum sich Verschwörungsfans als die Guten wähnen. Um es deutlich zu machen, diese Frage berührt ganz empfindlich unser Gerechtigkeitsgefühl. Folglich halte ich es für völlig falsch, sie wegzuwischen. Sie ist wichtig. Die Frage nach Macht und Herrschaft lässt sich jedoch viel besser ganz ohne Verschwörungen erklären. Das haben Generationen von schlauen Menschen getan. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Karl Marx argumentiert über die ungleiche Verteilung von Produktionsmitteln. Antonio Gramsci über die Ausbildung einer Hegemonie, also eine Art Herrschaft, die die Menschen gar nicht richtig wahrnehmen. Michel Foucault macht die dezentrale systemische Macht in Diskursen stark. Oder Miranda Fricker zeigt die Machtgefüge in der Wissensschaffung und Verbreitung auf. Eine epistemische Dimension. Das ist selbstverständlich nur ein kleiner Ausschnitt. Hingegen ist mir kein einziges Modell bekannt, das ernsthaft auf Verschwörungen aufbaut. Sie spielen keine Rolle. Es wäre auch eher lächerlich. Das liegt an der Machtdimension, die die Weltverschwörung betrachtet. Denn sie ist eindimensional. Sie kennt nur die Dimension oben und unten. Das merkt man schnell, sobald man sich mal eine andere Machtdimension anguckt. Nehmen wir die Geschlechterfrage. Frauen sind häufig benachteiligt. Das lässt sich aber nur schwerlich über eine aktive, geheime Männerverschwörung erklären. Wie aber entstehen Macht und Herrschaft denn? Ich denke, es ist wichtig, das einfach mal deutlich zu machen. Dafür möchte ich mich bei Heinrich Popitz bedienen. Er hat dazu das Buch Phänomene der Macht geschrieben. Er hebt direkt auf unsere Fragestellung ab. Ihn interessieren Machtbildungen, in denen sich eine Minderheit gegen die eindeutigen Interessen und Intentionen der Mehrheit durchsetzt. Dazu stellen wir uns ein rudimentäres Kreuzfahrtschiff vor, auf dem es nur einen Luxus gibt. Liegestühle. Diese reichen nur für ein Drittel der Passagiere. Und in den ersten Tagen werden sie einfach von unterschiedlichen Leuten besetzt. Sobald einer den Liegestuhl verlässt, geht der nächste drauf. Die Zahl der Liegestühle reichte so für den jeweiligen Bedarf etwa aus. Man fand meist einen, wenn man wollte. Das Gebrauchsgut wurde nicht knapp. Nach einer Hafenausfahrt wechselten dann die Passagiere. Die Neuankömmlinge hatten die Liegestühle an sich gebracht und erhoben einen dauerhaften Besitzanspruch. Den setzten sie durch, indem sie durch Posen, Gesten und Geschrei die Nichtbesitzer zurückwiesen. Handgreiflichkeiten waren so nicht nötig. Damit gab es auf dem Schiff eine neue Situation. Zwei Klassen hatten sich etabliert. Besitzende und Nichtbesitzende. Positiv und negativ Privilegierte. Nehmen wir nun an, dass die Reise unter diesen Bedingungen weiterging. Der nächste Schritt ist zweifellos die zeitweilige Vermietung der Liegestühle an einige Nichtbesitzende. Diese können die Nutzung der Liegen in Form von Naturalien bezahlen. Sie können sich so zeitweilig als Wächter anbieten. Somit haben wir die Entfaltung auf eine Dreiteilung. Es gibt die Gruppe der Besitzenden, die der Wächter und die der nur Besitzlosen. Dabei ist zu beachten, dass die nur Besitzlosen von nun an aus freien Stücken und eigenem Verschulden in der schlechtesten Lage sind. Soweit das Beispiel. Überlegen wir jetzt einmal, was für eine solche Entwicklung spricht. Eine erste Überlegung zeigt, dass eine offene Kraftprobe für die Minderheit in der ersten Phase, in der sie ihren Besitzanspruch durchsetzte, am gefährlichsten gewesen wäre. Ist die Dreiteilung erst einmal vollzogen, ist dieser Ausgang schon deutlich ungewisser. Gucken wir uns jetzt die erste Phase an, also die Zweiklassengesellschaft. Was spricht für die Besitzenden? Warum hat die Minderheit absurderweise eine Chance, ihre neue Ordnung durchzusetzen? Popitz nennt hier die Organisationsfähigkeit der Privilegierten. Das Interesse der Privilegierten ist organisationsfähiger. Indem sie anderen helfen, helfen sie gleichzeitig sich selbst und dem Prinzip. Die Kooperation in dieser Gruppe ist zwangsläufig. Die Besitzenden haben sich gegenseitig unmittelbar etwas zu bieten. Stellvertretung, Schutz, Bestätigung. Individuelles und gemeinsames Interesse decken sich. Oder andersherum, es ist für den einzelnen Besitzenden unlogisch, nicht mitzumachen. Für die Nicht-Besitzenden ist die Lage viel komplizierter. Nehmen wir mal an, sie sind sich einig, dass sie die Besitzenden verdrängen wollen. Was passiert dann, wenn die Aktion erfolgreich ist? Wie werden die neu eroberten Liegestühle verteilt? Die Erwartung, die Besitzenden zu vertreiben, gibt noch keine Sicherheit für den Einzelnen, irgendetwas für sich zu erreichen. Wir haben es hier mit dem Problem der Neuverteilung zu tun. Sobald einige der Besitzlosen auf den neu eroberten Liegestühlen sitzen, stehen sie vor der Frage, ob sie nicht das Verteilungsproblem persönlich für erledigt und damit die Aktion für abgeschlossen halten können. Für jeden Einzelnen in den jeweiligen Gruppen gibt es also einen fundamentalen Unterschied. Die Privilegierten verteidigen einen wirklichen Liegestuhl. Die Besitzlosen nur einen imaginären, der ihnen auch in der Zukunft keineswegs sicher ist. Somit ergibt sich schlussendlich eine überlegene Organisationsfähigkeit der Besitzenden. Popitz nennt aber noch einen zweiten Punkt, der dafür spricht, dass sich die Minderheit durchsetzt. Und zwar die Legitimitätsgeltung. Diese entsteht bei den Privilegierten wie folgt. Ich erkenne nicht nur meinen Anspruch an, sondern auch den Anspruch des Anderen, der meinen anerkennt. Und dieses gegenseitige Anerkennen macht etwas. Es bildet sich so ein wechselseitiger Konsens der Privilegierten heraus über die Gültigkeit der Ordnung, die sie privilegiert. Das gibt den Privilegierten Sicherheit, aber es strahlt eben auch aus auf die Nicht-Privilegierten. Es entfaltet eine Suggestivkraft. Die Nicht-Privilegierten sehen sich damit konfrontiert, dass sie vor einer legitimen Ordnung von anderen stehen. Diese ist sichtbar und beobachtbar für alle. Sie findet in der Wirklichkeit statt. Diese Legitimität breitet sich so aus. Sie tritt den Anderen, so Popels, in einer bereits ausgebildeten, selbstbewussten, konsolidierten Form entgegen. Am Ende ist es leichter, eine bestehende, also beobachtbare Ordnung anzuerkennen, als ein Gegenmodell zu bilden, für das ja auch erst wieder eine Mehrheit organisiert werden müsste. Was machen wir jetzt damit? Wir haben es hier mit zwei natürlichen Prozessen zu tun. Die überlegene Organisationsfähigkeit und die Legitimitätsgeltung. Beide ergeben sich aus einer Logik des Sozialen. Sie treten überall auf und begünstigen die Privilegierten. Man kann hiermit argumentieren, dass es kein Zufall ist, dass, wenn man sich das Ganze historisch einmal anguckt, es immer Machtstrukturen gegeben hat, sich immer Herrschaft ausgebildet hat, egal in welcher Zivilisation oder in welchem Zeitalter. Selbstredend nennt Popels noch andere Mechanismen, die im Sozialen wirken und ganz gut erklären, warum es möglich ist, dass wenige Mächtige über viele Nichtmächtige herrschen. Lasst uns damit zurück zu den Verschwörungen kommen. Ich möchte an dieser Stelle den Unterschied deutlich machen. Popels sagt, dass die von ihm geschilderte Machtpotenz sich wie von selbst akkumuliert. Hingegen passiert bei Verschwörungen ohne einen aktiven Akteur überhaupt nichts. Und damit werden diese sozialen Prozesse zur Machtbildung einfach ausgeblendet. Strukturelle Macht findet einfach nicht statt. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Das Erklärungsmodell einer Weltverschwörung ist derart unterkomplex, dass es notwendigerweise falsch ist. Man kann schlicht nicht erwarten, dass, wenn man den Großteil der Wirklichkeit ausblendet, am Ende noch etwas Richtiges bei herauskommt. Das funktioniert nicht. Ich möchte das Ganze anhand des Immobilienmarktes mal verdeutlichen. Die Ausgangsposition ist klar. Die herrschende Ordnung privilegiert wenige Reiche. Wenige haben Macht über viele. Jetzt kann ich mir das Leben leicht machen und sagen, haha, die bösen Immobilienbesitzer haben sich verschworen. Ende der Story. Ich kann mir jetzt aber auch die Mühe machen, eine ernsthafte Analyse durchzuführen. Dazu nutze ich die beiden Punkte von Popels. Erstens die überlegene Organisationsfähigkeit. Das Interesse der Immobilienbesitzenden ist ein gemeinsames. Sie wollen die Struktur des Besitzverhältnisses so belassen und möglichst viel Profit rausholen. Was ist aber nun mit den Mietern? Haben die ein gemeinsames Interesse? Natürlich nicht. Ein Teil der Mieter ist auch Vermieter. Ein anderer Teil der Mieter will bald Vermieter werden oder eine eigene Immobilie kaufen. Wieder andere werden Immobilien erben. Wieder andere haben gar kein Interesse, sich eine eigene Immobilie ans Bein zu binden und mieten gerne. Man sieht also, dass die Organisationsfähigkeit der Nicht-Immobilienbesitzer deutlich, deutlich schwieriger ist. Aber nehmen wir mal an, man findet eine große Gruppe, die für Enteignungen ist. Enteignung, schön und gut. Aber was passiert danach? Wem gehören die Immobilien danach? Denkt an die Ligen, das gleiche Problem der Neuverteilung. Bekommt dann jeder eine eigene Immobilie und wenn ja, nach welchen Kriterien? Sollen alle Immobilien an Vater Staat gehen und von ihm verwaltet werden? Oder strebt man ein staatsfernes, genossenschaftliches Modell an? Etc. pp. Das ist genau das, was Popitz mit überlegender Organisationsfähigkeit der Privilegierten meint. Nehmen wir nun Popitz' zweiten Punkt, die Legitimitätsgeltung. Es ist offensichtlich legitim, eine Immobilie zu besitzen und diese zu vermieten. Das ist eine Alltagserfahrung. Jeder kann sie beobachten, jeder kann sie erleben. Man mietet ja auch Autos oder E-Roller oder Baden liegen an einem Strand. Das heißt nicht, dass diese Ordnung gut ist, aber gegen sie anzugehen, ihr die Legitimität abzusprechen, ist ein Riesenschritt und greift offensichtlich auf viele andere Bereiche aus. Die Infragestellung einer Ordnung, die für andere legitim ist, ist deutlich schwieriger als deren Anerkennung. Ich denke, ich konnte deutlich machen, dass man ganz ohne Verschwörungstheorien zu guten Erklärungen kommt, warum wenige über viele Macht haben. Und genau das ist das Problem der Weltverschwörung und anderer Verschwörungstheorien. Sie verdecken die realen Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Wenn die Analyse derart falsch ist, kommt man nicht zu guten Lösungen. Und andererseits verhindert man eben auch, dass es richtige Lösungen gibt. Daher sind Verschwörungstheorien machterhaltend. Sie wirken wie Nebelkerzen, die Diskussionen in eine Richtung lenken, die vom Kern wegführt. Wenn man nach Waldbränden von Energiewaffen schwadroniert, stärkt man die Verhältnisse, man hinterfragt sie nicht. Daher ist der Aufklärungsaspekt, wenn er denn überhaupt noch existiert, meistens das genaue Gegenteil. Ein Problem an Flugzeugen ist der Kondensstreifen, der zur Klimaerwärmung beiträgt. Daraus Chemtrails zu machen, ist nicht nur Blödsinn, sondern verhindert eine nötige Diskussion. Folglich sind die Erwachten wie Ken Jebsen, Daniele Ganser oder Markus Krall für die herrschenden und mächtigen nützliche Idioten und keinesfalls eine Gefahr. Sie stärken die Verhältnisse. Der Raum wird so lange mit Mist geflutet, dass für einen Heinrich Popitz kein Platz mehr bleibt. Die einfachen Pseudo-Wahrheiten der Verschwörungsunternehmer und Unternehmerinnen klicken sich besser. Ein eher komplexes Video wie dieses hier geht hingegen unter. Aber davon wollen wir uns die Laune nicht verderben lassen, denn... Bildung ist der Schlüssel! Ach ja, herrlich, diese Ironie. Aber lassen wir das. Im letzten Video habe ich auch einen wichtigen Aspekt zum Thema Weltverschwörung ausgeführt. Guckt gerne rein. Übrigens seht ihr hier eingeblendet alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die ich auf Patreon habe. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn ihr das Video verbreitet. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.